hi youtube was geht ab hier ist euer nobi und ich begrüße euch hier auf meinem channel zu einer weiteren folge von stealth engine 2 und ja wir sind mal wieder auf der sucht nach einer neuen kammer hier aktivieren und nicht gut noch mal aktivieren und dann denke ich mal hier ja genau drücken den nächsten das sind meine freunde aber wir brauchen auch definitiv um da eventuell besser durch diese kamera durchzukommen okay wie komme ich ist doch aber total verrückt ich sag's ja es ist echt verrückt ist es ist total crazy ganz langsam links drücken ok aber ich bräuchte einen zweiten stein irgendwas bräuchte ich jetzt verdammt da oben ist einer von meinen leuten aber versucht aber ich muss den irgendwie erreichen erst wenn es ein ganzer strang gibt kann ich denke erst nach oben schampfen oder probieren luste kommen zwar jetzt leicht genau yes und hacken geiler biete danke mein freund okay okay ah ja okay dann drück den knopf und er ist hier oben äh lol okay nice schatten nice cool okay was muss ich hier rein laufen ich kann jetzt mal wieder hoch aber kann man was bringen sollte ah der stein genau der stein jetzt muss man kollege müsste es einfach jetzt warte mal habe ich eine idee noch mal okay ich bin jetzt auf diese öffnung geh dann zurück macht den laser auf also ja genau cool test abgeschlossen okay ich weiß ehrlich gesagt den ganzen sinn mit dem spiel kapier ich immer noch nicht wirklich gibt es hier wirklich eine eine test eine testphase nach der anderen ja hier sind wir jetzt weil man schon verliert man irgendwie total den überblick hier habe ich so das gefühl okay ja scheinbar ist es so test starten okay wir haben einen knopf den betätigen wir mal und bloß runter hier wird es gefährlich aber hier sind doch auch knöpfe naja ok wie geht es weiter ich glaube man kann das spiel auch mehr als einer spielen oder ich weiß nicht kann sein kann jetzt sein keine ahnung also das ist richtig krass absolut sicher ja klar ui nice voll durch gesegelt oh fuck lol wow jetzt hier hacken nein wieder zurück ey komm wir was geht ab oh fuck ach ach shit bisschen mal davor springen und jetzt und jetzt und jetzt jetzt nice saubermann freund danke ah ok danke das hacken jetzt kann ich hacken nein wieder zurück echt jetzt lol ok danke fürs zeigen lol 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 ok wie macht er das dass er wie kann er in genau in der mitte bleiben und es passiert nichts einfach so los jo komm ohne spring shit nochmal wir schweben er ist in die mitte und dann am besten auf den zweiten aufpassen mit der sich bewegt einfach mit bewegen ja genau so ok ah jetzt den knopf betätigen ah shit wir machen was machen wir jetzt hier ein stein wieder drin also irgendwas brauchen wir hier definitiv ok 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 ganz langsam rechts bewegen bloß nicht springen bloß nicht springen bloß nicht springen sauber ah nur einen dritten mann und jetzt wieder zurück und jetzt wieder zurück ok was jetzt das war nicht ganz ok verstehe danke jungs jetzt test abgeschlossen und ab geht die poste das ist ein wächter boah boah fuck nein er hat mich nicht oder ii ok ok best hier erstmal schatten ah hier ist ein knopf jetzt kannst du erstmal hacken ok hier drauf nein stammt ich dachte ich könnte auf den drauf jumpen irgendwie lol nice fach was war denn das jetzt nochmal ok das schiebe ich hier rüber genau nein 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 wow sauer knapp eben ach hier sind die dinger zum hochklettern wenn ich nicht so da drauf schiebe fällt er nicht automatisch darunter vielleicht ist es auch der trick im ganzen genau hopp hau ab geh weg ja und schon haben wir unseren schatten ich kann mir jetzt mal hacken nein scheiße nochmal hier hochjumpen hier durch jetzt sind wir hier boah muss ich wieder hacken oder was ach da unten ist ein terminal hier unten das bringt mir nichts mit dem stein wow fuck bloß weg hier geht nein was macht er dann ach man springt ja flucht nein nicht schon wieder nicht schon wieder aber grad so geschafft eben krank b ist ok das nächste tor öffnet sich aber das nächste tor öffnet sich aber Leute das war es wieder mit einem weiteren volk von stealth inch 2 ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst einen daumen da und ein abo bitte also ich bedanke mich morgen kommt die nächste Folge von stealth inch ey das spiel macht schon ein bisschen spaß ist richtig kraft also ich bin raus bis dann euer nobi tschüss die geräme geläum ab ab Untertitelung des ZDF, 2020